So, heute gibt es den F45 bei besseren Lichtverhältnissen. Es ist Sonne, zwar immer noch windig, aber die Sonne scheint. Da ist das beste Stück. Recht gut verarbeitet, allerdings wie gehabt alle wichtigen Teile nach wie vor aus Kunststoff. Kann man austauschen. Wird man, wenn man viel fliegt, auch tun müssen. Denn die Teile werden nicht ewig halten. Der Rest ist recht robust. Auch nun zum Eigentlichen. Akku ist drin. Stecker rein. Bereitschaft. Fernsteuerung. Alles Wichtige bei. An. Weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Batterieanzeige. Trimmung. Kanalball. Hier. Ja. Und da wollen wir mal schauen. overwhelm. Hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 wie man sieht man kann die nach dem buddeln benutzen wunderbar eingegraben das geht auch auch in den offenen gegnern mit dem baum locker weggestickt gut 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 so nachdem wir mal das rasenmäher ausprobiert haben hat auch perfekt funktioniert mal schauen ob er immer noch will steckt da etwas im dreck das mag er nicht wenn ihn jemand festhält dann rein rein auf rein 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR